Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Heute bin ich für euch im Zellertal im Heidachhof und neben mir habe ich die Gabi, die Hausherrin sozusagen. Und sie erzählt uns gleich, was es so Besonderes hier zu erleben gibt. Also bleib dran. Gabi, 50 Jahre habt ihr gefeiert. Wann war das genau? Das war letztes Jahr. Im Juni 2016 hatten wir das 50-jährige Jubiläum, sind zum Tiroler Traditionsbetrieb gekürt worden und sind sehr, sehr stolz darauf, dass wir das in zweiter Generation zu einem schönen Betrieb weiterführen dürfen. Wie schafft man es, ein Hotel oder so ein Haus, was jetzt mehr als ein Hotel ist, ist eigentlich schon Familie eigentlich, so lange aufrechtzuerhalten und trotzdem so modern und am Puls der Zeit zu sein? Ich glaube, das kriegt man schon in die Kinderschuhe gelegt. Also es war von meiner Mutter und von meinem Vater schon immer ein Traum, dieses Haus so zu machen. Und wir haben immer die schönsten Seiten der Gastronomie kennengelernt, des Tourismus kennengelernt. Meine Mutter hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir auch die Familie, das Familienleben pflegen. So haben wir die Liebe zur Gastronomie kennengelernt und ja, ich habe auch das Glück gehabt, den passenden Partner zu finden. Und so können wir das Haus mit viel Liebe, Herzblut und natürlich auch mit viel Fleiß weiterführen. Also wenn ich jetzt hier reinkomme und überlege, ich habe gerade mal so 31 Zimmer, habt ihr aber trotzdem ein Riesenangebot, was alles geboten wird. Wie ist das entstanden und wie schafft ihr das auch, dass im Endeffekt so viel geboten werden kann, trotzdem im kleinen Haus? Wir legen sehr viel Wert auf Qualität und wir möchten, dass unsere Gäste bei uns im Haus den Urlaub so verbringen, wie wir es selber gerne machen. Also wenn ein Gast zu uns auf Urlaub kommt, dann soll er sich wohlfühlen und er soll den Tag so genießen, so wie wir selber gerne Urlaub machen. Entschleunigen, entspannen, relaxen. Natürlich darf der Sport und das Aktive auch nicht zu kurz kommen. Aber natürlich auch die Küche, was natürlich wieder mein Favorite ist, muss ich zugeben. Wirklich sehr leckere Küche. Wie schafft man das? Also ich finde es ja faszinierend, jedes einzelne Essen, was wir uns hatten, die wandelt keine. Ihr wisst es noch gar nicht, aber wir hatten gestern Abend ein Gourmet-Menü. Da zeige ich euch jetzt gleich mal die Bilder. Und heute Abend haben wir einen Grillabend. Das heißt, total konträr, aber trotzdem alles lecker. Was denkt ihr euch da dabei? Ja, wir haben ein sehr gutes Küchenteam. Unser Küchenchef, der Jürgen, ist sehr bemüht, sehr kreativ. Wir versuchen, unsere Gäste einfach zu verwöhnen, von A bis Z. Auf jeden Fall und auch weh wie Wellness. Weh wie Wohlfühlen. Weh wie Wohlfühlen. Lass uns doch mal einen Blick in den Spa werfen. Erzähl uns ein bisschen was, was man so alles dort erleben kann. Ja, wie schon gesagt, unser Haus ist ja nicht sehr groß. Wir haben 70 Gästebeten, aber einen riesen Spa-Bereich dazu. Wir haben unser Verwöhnenestteil, in dem man sich eben verwöhnen lassen kann, mit Beauty-Massagen-Anwendungen, mit verschiedenen Bädern. Wir haben eine große Saunalandschaft mit vier Saunen, eine Panorama-Sauna, die Erdsauna, wo wir auch verschiedene Aufgrüsse machen, einen Indoor-Pool und unser Highlight ist der 15x5 Meter große Außenpool. Einfach ein Traum. Heute war ein richtig sonniger Tag und es war richtig schön, so im Pool rumzudümpeln und die Zeit verstreichen zu lassen. Er ist natürlich jetzt hier dem Standort wahrscheinlich viel auch im Winter los, aber auch im Sommer. Wie kann man sich das Haus jetzt vorstellen zur Sommer- und zur Winterzeit? Was ist der Unterschied? Wir haben ein sehr aktives Aktivprogramm im Haus, dadurch, dass der Heinz bei uns seine Leidenschaft des Wandern und des Steine suchen auch ins Programm aufgenommen hat. Wir möchten die Gäste und vor allem auch die jungen Gäste, die Kinder, ein bisschen wegbringen vom Computer, vom Fernsehen. Der Heinz will ihnen die Natur näher bringen, er will ihnen wieder zeigen, wie schön die Bergwelt ist und ist auch im Moment ganz trendy, auch bei der Jugend wieder, ein bisschen mehr aktiv sein im Freien. Und im Winter natürlich haben wir traumhafte Berge, traumhafte Pisten. Wir haben das Glück, dass wir jetzt neben der Taustation der Spieljahrbahn liegen, die jetzt komplett neu gebaut wird und ab Dezember 2017 neu eröffnet wird und ganz viele Highlights auch dem Winterskifahrer und dem aktiven Wintersportler bietet. Mit Schneeschuhwandern, Skifahren, Kutschenfahrten, Rodeln. Also ist viel geboten. Für allen war es dabei. Für Jung und Jung geblieben. Für Jung und Jung geblieben. Ja, wieder ist ein Aufenthalt in einem Wellnesshotel für mich zu Ende gegangen und es war wieder sehr entspannt und sehr erholend. Wir hatten auch super geiles Wetter. Ich meine, wenn man das bei der Hotelbuchung schon mitbestellen könnte, ich glaube, das wäre ein Treatment, was wir alle gerne hätten. Aber nur zum Satz des Hauses. Das Zimmer habt ihr gesehen. Wirklich wunderschön geräumig. Wir hatten jetzt auch ein sehr großes Zimmer. Mit Blick, wirklich schön über die Ortschaft auch. Mit eigenem Balkon. Also abends noch ein Gläschen Wein auf dem privaten Balkon war also möglich, was ich hier toll finde. Auch mit dem Kaminzimmer. Und das Coole ist, es war kein echter Kamin, sondern so ein Deko mit Nebel. Das heißt, auch im Sommer ein lauschiger Abend vor dem Kamin also möglich. Ja, kulinarisch haben wir schon darüber gesprochen mit der Chefingart-Fording. Sehr lecker gewesen. Wir hatten auch einen Schnitzel. Richtig. Ich finde ja, gute Küche erkennst du an den einfachen Dingen wie einen Schnitzel zum Beispiel. Und wenn ein Schnitzel gut ist, dann passt alles andere sowieso. Und hinter mir seht ihr jetzt den Pool, in den ich mich, glaube ich, verliebt habe. Es war einfach schönes Wetter. Einen coolen Drink dazu. Da habe ich ein ganz cooles Instagram-Bild gemacht. Schaut mal bei Instagram vorbei unter MarkusMenschMunich. Ich blende es euch mal hier ein. Da habe ich ein cooles Bild vom Pool gemacht mit einem coolen Drink. Lasst mal ein Like da. Ich kann nur eines sagen. Wenn ihr hier in der Nähe mal einfach ein paar Tage abschalten wollt. Wir reden hier von eineinhalb Stunden von München entfernt. Seid ihr hier genau richtig. Für alle, die Gastfreundschaft, familiär, aber auch qualitativ hochwertiges lieben. Denn das ist hier geboten. Das Bar ist wirklich schön, auch im Sommer. Also nicht nur im Winter. Weil ich finde, gerade im Sommer ist es auch schön draußen im Pool zu sein. Oder auch im hinteren im Lounge-Bereich. Es ist alles da. Also schaut auch mal auf die Homepage vorbei. Die verlinke ich euch unten in der Infobox. Und ja, ich fand es toll. Und wenn du schon mal da warst, schreib mir eine E-Mail oder einen Kommentar. Würde mich interessieren. Und ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lass mir einen Daumen hoch da. Noch viel, viel besser. Hier draufklicken und abonnieren. Ihr wisst, Support ist kein Mord. Und hier oben habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.